Hallo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Isaacs Sieger. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Wir spielen mal wieder schön in unserer Let's Play Welt. Und spielen mal wieder eine Runde Minecraft. Und, äh, jo, jetzt mach ich erstmal den Timer an hier. Zack, Timer läuft. Und, man muss ein bisschen lauter machen hier. Das Gefühl, das Spiel ist in letzter Zeit so übelst leise. Geht immer hier ein bisschen, oh. Ah, komm, 20. So, jetzt hör ich ja wieder was. Na, ihr kleinen, abgespaceden, interdimensionalen Kühe, ihr. So, ich hab überhaupt keinen Plan, was ich machen kann. Äh, ich hab nämlich jetzt einfach mal angefangen aufzunehmen. Aber ich glaub, wir können mal durchfüttern. Oh ja, kaum noch Weed, ey. Wax! Wann mal, ist da schon was fertig gewachsen hier bei dem Weed? So, und das war fertig. Wunderbar. Was war noch nicht fertig? Klar. So. Worn, ein bisschen was war fertig. Genau, das könnte ich jetzt eigentlich mal machen. Ein größeres Feld anpflanzen für, für Dings. Für Weed, also Getreide. Auf jeden Fall very emburdened. So. Ihr könnt noch gar keine Liebe machen. Ah, okay. Ich hab schon länger nicht mehr Minecraft gespielt. Also, äh, hier, Minecraft. Vanilla Story, manch. So, na dann, äh, auf wie geht's. Machen wir uns jetzt erstmal ein schönes, großes Feld. Wir haben eine Schaufel, die gleich kaputt ist. Hab ich noch Eisen? Ich hab noch Eisen. Ich hab auch noch das. Äh, nee, da, äh, ich schmeiß es doch nicht weg, komm. So, und so, und, zeigibumi. Wollt mal ein Eimer mit Wasser. Ein Eimer. Wo ist da Eimer? Da ist da Eimer. Eimer, Eimer. So. Und, wo setzt sich denn das Feld hin? Machen wir den schon mal voll hier. Wo setzt sich denn das Feld hin? Ich würd mal sagen, könnten das eigentlich, hmmm. Hab ich ein Feuerzeug? Weil dann zünde ich das Ding jetzt hier mal an, damit das abfackelt. Das nervt mich nämlich. Weil ich werde da nämlich auch nichts hochbauen oder so. Deswegen, ich hab bestimmt ein Feuerzeug. Ja, genau, wunderbar. Flinken Stiel. Zünden wir doch die Hütte jetzt mal an. Da brennt diese vor sich hin ab. Und. Oh, was machst du denn? Das ist doch voll dumm eigentlich. Mir doch schon, mir doch Ralle. Ich zünde die Scheiße lieber an. So. Jetzt kann das da schön abbrennen. Und ich setz jetzt irgendwo noch mein Feld hin. So. Aber bevor jetzt euch immer aufpassen beim Rechtsklick, ich hab nämlich auch meine eigene Hütte abgefackelt, so. Wo setz ich denn das Feld mal hin? Die Qual von der Qual. Eigentlich könnte ich das da hier so runterlaufen lassen. Und dann muss ich jetzt erstmal hier das ganze Gestrüb wegmachen. Blümelä. Machen wir das ganze Gezuckel hier fad. Damit wir nämlich Platz haben. Und damit ich sehe, wo ich hin, wo ich hinpflanze, wo ich hin hinselieren muss. So, und es gibt außerdem noch ein paar Samen dazu. So, das Ding muss ich auf jeden Fall zumachen hier. Und dann kommt das Feld hier runter. Genau, 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 genau. So, machen wir das. So, jetzt gehen wir erstmal. Zack. Wo hab ich das? Blümelä, blümelä. Blümelä. So. Brauche ich erstmal Erde. Dördstuf, damit wir vielleicht ein paar Löcher stopfen können. Oh, jetzt ist grad Fenster. So. Wunderbar, herrschön. Ja. Oh, Entschuldigung. Hoppala, hab ich mal gewusstet. Ein bisschen. So, dann mach ich das Feld nämlich hier hin. So. Oh, ja. Da solltest du aber nicht hin. So. So. Kann man hier das Feld hin machen. Ja, bei mir ist das immer alles schön gerade. So, so, so und so. Bei uns Deutschen ist das so. Ne? Würde ich jetzt mal sagen. Oh, wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das kann wieder fort. Weil Wasser fließt nur sieben Blöcke. Wenn ich nämlich jetzt hier gerade reinschneide, kann ich das nämlich dann sehen, dass das nämlich nur bis da vorne rausläuft. So. So. Genau. Und wenn ich jetzt nämlich hier unten nämlich weitermachen würde, dann fließt das Ding wieder sieben. So ist das mit dem Licht manchmal fließt, so manchmal nicht. Ich bin wieder einmal rausgeholt. So. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So, kommt der auch noch fort. Ja, kann man eigentlich so lassen. Das mache ich aber zu hier. So. Ja, das mache ich. Ich muss das jetzt jetzt hier ein bisschen überlegen. So. Jetzt müssen wir nämlich mal über die Wasserführung entscheiden. Und zwar lasse ich das Wasser, ich lasse das hier lang laufen, dann mache ich jetzt erstmal nur das hin, so. So, da muss ich dann noch auf jeden Fall gucken, wie ich das andere mache hier. So, weil das ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, so, da kommt es wieder weg, und so, so. Jetzt setze ich mal den Almerwasser da oben hin, und mal gucken, ob die Kalkula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollte das eigentlich funktionieren? Ja. 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 Und hier vorne soll das jetzt ein bisschen breit laufen. So, aber da haben wir noch ein bisschen Erde. So. 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 Da habe ich noch immer noch ein bisschen Erde. So. Jetzt haben wir schon mal einen Grundstein gesetzt. Innerhalb von 10 Minuten Bau, bin ich schnell. Gib mir hier mal nochmal ein Pack dort. Ich nehme jetzt einfach die vier Brot hier mit. So. Ich habe nämlich eine neue Brot hier. So. Und dann geht der immer, oh fuck, wie überwässert der denn? Oh, wie viele Felder? Ich habe hier vier, was? Also. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Gut, habe ich eine neue gebaut. So. Dann kommt nämlich hier das neue hin. Ja, das macht mal alles noch. Keine Angst, Leute. Das ist jetzt nur mal erstmal der Grundstein, den ich hier setze für das Feld. Da ist noch nix, noch nix entschieden. Und das war jetzt voll blöd von mir. Denn hier lieber hier hinten durch. So. Und setze den hier hin. Und dann sollte das hier auch wieder schön. Was? Verarschen. Funktioniert doch hier auch. Ah, den eins, zwei zu hinten gesetzt. Hier. Hier hinten. So. Jetzt soll das. Genau. Jetzt funktioniert die Sache auch. Richtig schön geschmeidig. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Ganz tolle freuen wir uns da. So. Und jetzt haben wir, das ist nämlich ja schon mal schön alles bewesät. Und dann können wir hier nämlich... Ich muss das dringend ändern, ey. Dort gefällt mir hier. Nicht. Guck' mehr. Guck' mehr, du Enderman, alter. Dich, dich schnapp' ich mir jetzt noch. Nein! Oh, jetzt hab ich schon gedacht, ich fall' rein. Wo ist er jetzt hin? Na, verpill' Hörst du mal ab von mir, du Lusche. Du blödes Weichei. Jetzt raff' dich bei, damit ich dir eine vers... Damit ich dir eine... Semmeln kann. Komm her, Junge, hm? Guck' ich dich halt an. Komm her. Ich krieg' immer Gänsehaut, wenn ich die Viecher angucke, alter. Oh. Vor allem, wenn man die Geräusche immer hört. So'n Drecksbastard, alter. So'n Arschloch. So. So. Wunderbar. Also da hier muss ich mir noch was überlegen, wie ich das mach'. Wahrscheinlich mach' ich das Hühnergeleche eins. Hühnergeleche, nicht Geleche. Hühnergeleche eins kleiner. So. Äh. Da darf... Zack, Zack. Komm' mal mit. Pflanze ich das mal an hier. Wo ist denn meine... Da ist meine Stonehole. Na? Blödes Weichei, du dreckiges... So. Mal komm' her. Jetzt. Jetzt hab' ich dich, alter. Heile Fresse. So. Pflanzen wir erst mal schön was an hier. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Ja, jetzt ist mir die... die Hau kaputt geginkt. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein größeres Feld, als das kleine daneben dran. Und wenn hier schön wächst, dann müssen wir auf jeden Fall... keine Angst mehr haben, irgendwie... dass man... die Viecher nicht... 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 nicht dingsen können. Jetzt machen wir erst mal eine schöne Hau aus Stein... äh... aus... Eieren. Weil Eieren haben wir ja noch ein bissl wat. So. So. Und so. Und so. Und so. So. Time to farm. Jetzt erst. Ist ja nicht so, dass wir schon... schon genug gefarmt haben. So, wir sind auch schon bei 15 Minuten. Ich mach' das jetzt hier noch... So. Obere Schicht auf jeden Fall fertig. Und dann beende ich hier die Folge. Ah. Ich seh' nix. So. Wunderbar. Und jetzt gehen wir zurück. Legen und schlafen. Und damit beende ich dann die Folge hier. Und freu' ich mich. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Wenn's euch gefallen hat... Lasst doch einen Daumen nach oben für die Folge da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm... Wenn ich euch gefallen hab, lasst mir doch ein Abo da. Würde mich auch ganz doll freuen. Und meine Facebook-Seite ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Guckt da doch auch mal vorbei. Und lasst da auch mal ein Like da. Würde mich auch drüber freuen. Auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.